Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Schön, dass ihr am Start seid und zwar zu Moondown. Wir haben hier ein handgezeichnetes Horror Game, was in dem Ort Moondown in den Schweizer Alpen spielt. Ich bin mal gespannt, wie gruselich es insgesamt wird. Ich habe noch nicht viel dazu gesehen. Es ist erst seit gestern, seit dem 16. März erhältlich auf Steam und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was uns hier erwartet. Entwickler ist Hidden Fields Publisher ist MWM Interactive und dann würde ich sagen, let's go. Wir fahren hier gerade im Bus rum, wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Moondown. Busfahrer ist nicht unbedingt der gesprächigste. Rauchen und Pfeife verboten, aber Bon ist okay und wir haben einen Brief in der Hand und wir haben ganz schön ekelhafte Fingernägel. Schauen wir mal, was draufsteht. Oh nein! Wir haben ihn auch sehr geliebt. Ja, super. Opa tot. Zur Beerdigung hat uns auch niemand eingeladen. Aber zumindest hat er uns geliebt und war stolz auf uns. Musik wird auf jeden Fall schon etwas gruseliger. Ich glaube, wir sind angekommen. Sieht aber nicht unbedingt nach einer schönen Haltestelle hier aus. Wir schauen mal ins Tagebuch rein. Mit die J. Ja, das ist der Brief, den wir gerade gelesen haben. Mehr ist es nicht. Dürfen wir aussteigen? Abgebrannte Scheune untersuchen. Auf der ersten Seite des Journals kannst du jederzeit deine aktuellen Aufgaben nachschlagen. Okay. Dann steigen wir mal aus und gucken mal. Der Bus fährt davon und wir haben unseren ersten Tag hoch oben im Gebirge. Okay. Da oben dann wahrscheinlich. Das sieht mir abgebrannt aus. Also der Grafikstie gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie schon erwähnt, handgezeichnet. Das waren auf jeden Fall ein ganz paar Stunden Arbeit. Ist auch erhältlich für fast alle Plattformen. Also PC, Mac, Xbox, Playstation. Jeweils 4 und 5 und auch die älteren Generationen der Xbox. Uah. Geht schon mal gut los. Was ist denn das komisches? Darf ich rangehen oder passiert dann was? Bin jetzt einfach mal reingelaufen. Das ist wahrscheinlich die Scheune, die brennt. Und jemand malt die gerade. Anstatt mal zu helfen und zu löschen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie viel Erschrecker hier passieren werden. Hallo? Hey. Könntest du helfen? Feuerlöcher steht hier drüben. Ansprechen können wir ihn nicht? Ja, wir gehen mal zur Scheune. Wenn unser Opa da noch drin ist. Ich glaube, da krabbelt er raus. Opa. Komm her. Ich helfe dir. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob wir da mit rein sollten. Und ich versuche das, wenn ich mich nicht mehr so aufwörtert. Ich habe mich nicht mehr so aufwörtert. Nein. Au. Lass mich los. Das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen spooky gerade. Den besten Zahnarzt hat er ja auch nicht. Mal schauen, wie es weitergeht. Sieht verbrannt aus. Gemütlich und warm hat er ja recht gehabt. Aber vielleicht etwas zu warm. So, in was für einer Hütte sind wir denn jetzt gelandet? Das kann doch nicht die Scheune sein, oder? Das ist die Scheune? Doch, hier drüben geht es noch weiter. So, wir schauen mal. Traurig, traurig. Auch ein Bild von uns und unserem Opa. Das stecken wir uns natürlich ein. Eine kleine Erinnerung. Kerze brennt immer noch. Hat wahrscheinlich nachträglich jemand hingestellt, sonst wäre sie geschmolzen. Ist halt nur die Frage, wie wir hier wieder rauskommen. Eine Tür? Ach doch. Hier rauch mal nachher am Bus. Einfach aus Protest. Tabak für die Pfeife finden. Optional. Kriegen wir hin. So, ja, aber wie kommen wir hier raus? Moment, irgendwas... Da schaut er uns noch an. Wie schön. Oder auch nicht. So, Tür wieder zu. Die untere noch auf. Drucken können wir uns nicht. Zumindest nicht mit den üblichen Tasten. Wir müssen es ja nicht unnötig offen lassen. Aus dem Dach kommen wir auch nicht raus. Mit der Pfeife können wir hier nicht viel anrichten. Okay. Bewegende Steine. Wohl, eigentlich ist es verbranntes Holz. Ist aber gar nicht so einfach zu unterscheiden, wenn alles schwarz-weiß ist. Ist denn hier eine Kuh noch gestorben? Ach, Mist. Da hat's gebrannt. Die haben so gekämpft. Älster Glanz. Der Vergleich musste einfach kurz sein. So. Ja, sehr viel mehr ist nicht mehr übrig von der Scheune. Wo war's hier? Hier ist es. Mal schauen, was sich dahinter noch verbirgt. Wir können noch mal ins Tagebuch schauen. Wir sollen das Grab besuchen. Ach, schaut mal, wie glücklich wir da waren. Eine Skizze? Wie plättere ich denn um? Ja, haben wir verstanden. So. Das sieht komisch aus. Wie der Weihnachtsmann, der durch den Kamin reinkommt. Aber was das jetzt genau sein soll, fragt mich bitte nicht. Ist auf jeden Fall schon... Hier ist der Brief. Und den Typen, den wir gesehen haben, der es gemalt hat. Ist bestimmt ein Hinweis. Wird's definitiv sein. Mal schauen, wann wir es brauchen werden. Wir gucken mal noch hier oben drauf. Vielleicht findet sich ja noch ein bisschen Tabak. Erstmal eine Pfeife durchziehen. Dann ist die Welt doch wieder in Ordnung. Hier können wir nicht durch. Und ansonsten ist ja auch nicht viel. So wirklich springen können wir nicht. So ein ganz kleines bisschen. Naja, dann schauen wir mal hier drüben zu dem Ding. Wo das Stroh getrocknet wurde. Aber auch hier gibt's erstmal soweit nix zu sehen. Beziehungsweise nix zum Interagieren. Was ist hier bloß passiert? Naja, wir sollen einerseits Pfeifentabak finden. Und andererseits das Grab vom Opa besuchen. Hupen. Ja, ist ja super. Aber ich denke mal, es wird hier rüber gezeigt haben. Da haben wir ein Häuschen. Ist aber auch so eine generelle Friedhofs-Stimmung hier. Rennen haben wir schon rausgefunden. Aber danke, liebes Spiel. Dass du es uns trotzdem nochmal erklärst. Ich bewege mich hier nur ganz langsam fort. Einerseits möchte ich mir die Umgebung angucken, weil ich finde es echt sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Aber ich finde es mega hübsch gemacht. Und ich habe auch keine Lust hier durch die Gegend zu rennen. Um plötzlich irgendeinem komischen Vieh in die Arme zu laufen. Oder einem Mörder. Oder was auch immer. Irgendwas wird uns da schon noch erwarten. Seid euch sicher. Gucken erstmal durchs Fenster rein. Wer weiß. Vielleicht haben wir ja einen Bruder, den wir noch nicht kennen. Der sich das Haus vorher schon geschnappt hat. Und jetzt nur darauf wartet, dass ich vorbeikomme. Um mich umzubringen, weil er das Erbe alleine will. Man weiß das alles nicht. Die Uhr ist nicht stehen geblieben. Aber es sieht erstmal soweit alles relativ sicher aus. Wir haben hier noch eine Tür, aber ein Schloss. Was müssen wir denn jetzt machen? Na die Pfeife kann ich nicht mit dem Schloss benutzen. Dachte ich mir. Wäre ansonsten echt coole Pfeife. Ich glaube wir gehen erstmal durch die normale Eingangstür vorne rein. Da haben wir ein Foto von uns. Zumindest hat der Nagel nicht im Kopf gesteckt. Das hätte mir... Dann doch noch mehr Angst gemacht. Hallo? Wackelampe... Die Wackelampe doch, genau. Die Lampe... Entweder ein Funkgerät oder hier ist jemand. Radio. Leider verstehe ich kein Wort, aber Kaffee machen könnten wir. Maximale Gesundheit erhöht. Kennen wir doch alles schon. Eine Schietze. Haben wir hier eine Tasse, die bräuchten wir für einen Kaffee. Ich habe echt Tschüss, dass hier auf einmal was kommt. Ja, hinsetzen bringt noch nichts. Wir bräuchten halt noch eine Kaffeemaschine. Plattiere ein Gegenstand vom Inventar. Die Gegenstände, die du hier aufbewahrst... Shit, jetzt war es zu schnell weg. Werden wahrscheinlich nicht verschwinden. Das wird... Vermutlich unsere nächste... Oder unsere erste... Ja, Base, also... Unser Rückzugsort. Geht nicht. Wenn, dann müsste die Pfanne ja oben drauf. Was wird gehen? Okay. Dann machen wir uns erst mal was zu essen. Hoffentlich ist nicht schon alles abgelaufen, was der hier im Haus hat. Aber ein Waschbecken habe ich noch nicht gesehen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal Streichhölzer. Ach, eine kleine Schlafkabine. Sieht sehr gemütlich aus. Obwohl ich glaube ich, wenn ich in dem Raum wäre, mit dem Kopf eher in die Richtung geschlafen hätte. Weiß auch nicht, warum kam er jetzt einfach so instinktiv in den Sinn. Da saß er. Mit Gasmaske und Gewehr in den Alpen rum. Oh oh. Wer hängt sich denn so eine gruselige Uhr in sein Haus? Generell-Uhren, die TikTok machen. Sollte ich verrückt werden. Gibt's bei mir nicht sowas. Im Plakat für die Nacht. Die Skursel-Avladin ist die Blankes des Mundes und Gewehr. Okay. Fenster auf. Ein bisschen Durchzug, oder? Wollte ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Ich weiß nicht, wann er das Menü öffnet. Eigentlich, wenn wir so auf die Fensterablage drauf gehen. Wir können anscheinend die Gegenstände hier alle platzieren, wie wir möchten. Wir lassen jetzt erstmal kurz die Fenster offen. Hier hat es nämlich ein bisschen gemüffelt. Wir haben den Schlüssel. Das ist bestimmt für die Tür unten. Nochmal Streichhölzer. Muss das Radio ausschalten, das. Nervt mich. Was haben wir denn das? Was ist das? Sagt mir das Spiel nicht. Inventar. Zeigst du mir an, was das ist? Soll das eine Zigarre darstellen? Ich weiß es nicht genau. Können wir das damit verwenden? Anscheinend auch nicht. Gut, wir machen jetzt erstmal das Radio aus. Wir können nochmal gucken, aber... Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht schlafen. Ich wollte gucken, ob da vielleicht noch ein paar Playboy-Zeitschriften rumliegen. Erstens machen wir mal das Radio aus. Das ist eins der gruseligsten Sachen. Ich würde gerne hören, ob wir hier alleine sind oder nicht. Wo wir Wasser herkriegen... Keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal noch hoch. Oh, oh. Dann ist es ja von innen verschlossen. Kein gutes Zeichen. Nein, ich wollte nicht... Achso, doch. Wir können vielleicht den Schlüssel benutzen. Den benutzen. Geht anscheinend nicht. Keine Matratze, aber okay. Die Kolonie. Wir schauen nochmal eben durchs Tagebuch. Aber sehr viel mehr ist nicht. Immer noch ein paar Stifte. Die darf ich nicht mitnehmen. Nö, ich kann mich hinsetzen. Aber die Stifte sind nicht für uns gedacht. Und die Figuren anscheinend leider auch nicht. Hätte gerne eine Runde mitgespielt. So, was haben wir denn hier alles? Wasser ist links. Honig gibt's rechts. Friedhof ist dort lang. Jetzt die Frage, ob die Richtung auch stimmt. Oder ob er die Dinger einfach nur abends auf dem Weg nach Hause im Vollsuff irgendwo mitgenommen hat. Aber das werden wir alles noch rausfinden. Dann allerdings erst in der nächsten Folge. Zwölf Uhr kommt jedes Mal eine Folge, jeden Tag. Also immer um zwölf. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020